Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gipser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Mein heutiger Gast ist Hendrik Trenkel. Er ist Experte für den B2B-Vertrieb und war über 20 Jahre lang tätig im Vertrieb als Verkäufer, Key-Account-Manager und auch Verkaufsleiter in mittelständischen und großen Unternehmen. Und unser Thema heute, das ist eigentlich der Titel seines Buches, nämlich virtuelle Verkaufsgespräche professionell planen und durchführen. Und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch. Grüß dich, Hendrik. Grüß dich, Florian. Ich freue mich auch schon sehr auf unser Gespräch und bin gespannt. Ich auch, definitiv. Deshalb lass uns direkt loslegen, aber nicht in medias res gehen, sondern ich starte mit drei Fragen zu dir. Das finde ich ganz spannend. Hatte ich letztens selber bei einem Podcast erlebt. Und dann gehen wir ins Thema. Bist du bereit? Ja, es kann losgehen. Gut, dann kann es losgehen. Erste Frage. Was würdest du am liebsten noch lernen? Ich würde am liebsten noch meine englischen Sprachkenntnis erweitern. Das ist immer gut. Sehr gut. Wie würdest du deinen Arbeitsplatz gestalten, wenn Geld keine Rolle spielt? Genauso wie jetzt. Also mir gefällt mein Arbeitsplatz hervorragend. Ich habe hier mein Büro, mein Arbeitsplatz, mein Studio, alles in einem. Und ich finde es einfach nur klasse. Das ist eine gute Aussage. Dann bist du ja wunschlos glücklich in dem Bereich. Und last but not least Nummer drei. Welcher historischen Persönlichkeit wärst du gerne einmal begegnet und worüber hättet ihr gesprochen? Ich wäre gerne dem Henry Ford mal begegnet und hätte mich gerne mit ihm ausgetauscht zu Erfolgsfaktoren in seinem Leben, in seinem Betrieb. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Spannend. Passt auch zu deiner Profession, deinem Metier. Sehr schön. Vielen Dank. Womit wir auch schon richtig mittendrin im Thema sind. Nämlich, ich kann es mal hochhalten, dein Buch, was du mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hast. Ich bin ja jetzt von Haus aus, ich bin ehrlich, ich bin ja kein Vertriebsexperte. Deshalb mit Details im Buch, wo es dann wirklich um Vertriebstaktiken geht, verstehen schon. Aber dass ich jetzt sagen kann, hey, detailliert kann ich mich damit auseinandersetzen, ist was anderes. Aber was ich spannend finde, das ist ja nur ein Teil des Buches, aber ich finde einfach super spannend, dass sich endlich mein Vertriebsexperte genau diesem Thema angenommen hat. Nämlich, dass man online in Videocalls und wie auch immer verkaufen kann und vor allen Dingen, wie man das machen soll. Wie sind denn deine persönlichen Erfahrungen bisher mit dem Thema? Naja, also meine persönlichen Erfahrungen jetzt auch mal hinsichtlich mit anderen Verkäuferinnen und Verkäufern, ist es eben, dass viele noch wirkliche Angst haben, Videocalls durchzuführen. Geschweige denn, Verkaufsgespräche wirklich dann auch online durchzuführen. Da ist noch eine gewisse Abneigung, sage ich mal, steht da wirklich im Raum. Und was meinst du, woher das kommt? Hat das einfach damit zu tun, dass es ungewohnt ist, was ich mir jetzt nach den letzten vier Jahren nicht vorstellen kann? Oder hat es damit zu tun, dass einfach die Situation, man sich nicht wohlfühlt, weil du hast es eben selber gesagt, du hast auch ein Studio bei dem Büro, weil so Setting mit Headset und Webcam, so der Klassiker, ist ja jetzt auch nicht so repräsentativ. Oder weil halt auch eine gewisse andere Methodik gefordert ist, wo man, sage ich mal, diesen persönlichen Charme nicht mehr so ausspielen kann. Also ich glaube, das hängt ganz viel so mit dem digitalen Mindset zusammen. Und vielleicht auch mit dem digitalen Reifegrad. Und da gibt es eben ganz große Unterschiede und Schwankungen auch in den ganzen Vertriebsmannschaften. Der eine, der macht das mit Bravour, der ist total begeistert. Und andere befinden sich einfach noch komplett in ihrer Komfortzone und wollen da einfach nicht raus. Und wir wissen es ja, wenn du in der Komfortzone drin bist und streckst einfach nur mal einen kleinen Finger raus oder auch nur den großen Zeh, kommt sofort die Angstzone. Und ich glaube, das hält ganz, ganz viele davon ab, wirklich mal dieses wunderbare Tool aktiv einzusetzen. Was ich bei dem Thema ja häufig erlebe in Diskussionen, auch bei LinkedIn oder auch in Gesprächen, selbst auch mit Kunden, die ja grundsätzlich interessiert sind, ist so der Einwurf, naja, das ist ja alles gut und schön, aber das wird ja niemals den persönlichen Kontakt ersetzen. Hat ja auch keiner gesagt. Das hast du in deinem Buch auch wunderschön am Anfang detailliert aufgelistet. Was kann digital? Was kann analog? Natürlich so im persönlichen, da überwiegt natürlich, sag ich mal, das Potenzial von analogen, persönlichen Gesprächen. Aber dafür kannst du es ja digital hervorragend erweitern. Ja, naja, es ist schon ein Riesenunterschied. Und auch ich bin tatsächlich schon für den Direktkontakt face-to-face mit dem Kunden. Nur zu mir hat mal ein ehemaliger Chef gesagt, Henrik, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen, ich finde, das trifft es eigentlich optimal auf den Punkt. Und die Ruhr-Universität, Prof. Dr. Schmitz hat da auch in Zusammenarbeit mit Mercury International auch wirklich eine tolle Forschungsarbeit rausgegeben, wo eben auch diese Vorteile des virtuellen Verkaufs oder die Kombination face-to-face, virtuell, also man sagt ja auch hybrider Verkauf dazu, da nochmal ganz genau beleuchtet wird und auch die Bereiche aufzeigt, wo es Sinn macht und wo es nicht Sinn macht. Und das hat ganz viel mit Vertriebseffektivität zu tun. Weil wir alle wissen ja, der Vertrieb wird immer härter, wir haben immer weniger Zeit, die Umsätze müssen steigen bei bestehender Personaldecke. Und da gilt es halt zu überlegen, Mensch, wie kann ich mir denn dieses virtuelle Verkaufen wirklich auch nützlich machen, um vielleicht auch die Besuchsfrequenz bei den Kunden einfach zu erhöhen und dadurch auch die Kundenbindung zu erhöhen, ohne dass ich Tausende von Kilometern, wenn wir mal ehrlich sind, also als ich Kia Counter war, bin ich mit Sicherheit 70.000 Kilometer im Jahr auf der Autobahn gewesen. Und wenn man das mal hochrechnet in Zeit, was man da, was ich da, wenn es das damals eben schon gab oder gegeben hätte, was ich da Zeit sparen konnte oder auch vielleicht neue Kunden akquirieren. Und einmal hatte ich mal so ein Erlebnis, da musste ich nach, wo war es, Wolfsburg oben, hatte einen Termin mit einem Zentraleinkäufer, stand vor der Tür, klingelte und dann kam eine Dame raus, ja, der Herr XY ist leider krank und hat den Termin nicht abgesagt. Also bin ich von Stuttgart bis hoch nach Wolfsburg gefahren und wieder heim. Und sowas wäre natürlich mit einem virtuellen Termin nicht so schlimm gewesen. Das wollte ich eigentlich nur mal damit sagen. Das hat schon viele, viele Vorteile. Ja, vor allen Dingen, also meine Erfahrung, ich habe ja auch mit diversen Verkäufern zu tun, auch über LinkedIn, die ja virtuelle oder Virtual Selling schon sehr erfolgreich einsetzen. Und es gibt ja so viele Touchpoints, wo du es machen kannst. Also sag ich mal jetzt, ganz am Anfang überhaupt aufmerksam machen, über Produkte informieren bis hin zu Kunden im After-Sales per Video immer wieder. Also ich habe es aus dem Maschinenbau, wo ich ein paar Kontakte habe erlebt, dass es ja dann eine gewisse Weile dauert, bis dann, sag ich mal, eine Fertigungsstraße oder irgendwas fertig ist. Und da kann man doch regelmäßig dann den Kunden einfach über den aktuellen Stand informieren. Eine schöne Idee, wo wir jetzt auch hoffentlich dieses Jahr das erste Projekt haben, weil es schon ein bisschen größer ist, ist halt sowas auch live per Video zu machen, dass halt in der Fertigungshalle eine ferngesteuerte Videokamera ist und dann sagen kann, hier Herr Mayer, gucken Sie mal, nach vier Wochen, das ist jetzt Stand X. Nur, dass Sie Bescheid wissen, natürlich mache ich jetzt zu dem Zeitpunkt nicht mehr Umsatz mit dem Kunden. Aber ich habe eine Kundenbindung, die viel stärker ist, als wenn ich einfach sage, okay, irgendwann kommen Sie vorbei für die erste Abnahme oder Zwischenabnahme. Service ist ja auch ein Punkt, den wir heute unbedingt brauchen. Ja, und so wie du das schon sagst, Florian, finde ich ganz wichtig, weil viele, viele unserer Kunden, also die Kunden der Verkäufer, die jetzt vielleicht auch zuhören, die sind es ja schon durchaus gewohnt, durch die Pandemie da wirklich intern auch ganz viele Videocalls zu führen. Also die wollen das auch. Und viele Verkäuferinnen und Verkäufer sagen immer, Henrik, also nee, das wollen die doch gar nicht. Die wollen lieber sich mit mir persönlich treffen. Ja, das mag schon sein, bloß die sind es wirklich schon gewohnt. Und es gibt eben Ausreden über Ausreden, weshalb ich es nicht mache. Ja, und die Frage ist, wann treffe ich mich, zu welchem Zeitpunkt der Customer Journey und wofür treffe ich mich? Also natürlich, auch wir fahren raus zu Kunden. Logisch, das macht überhaupt keinen Sinn. Spätestens, wenn wir einen Kick-Off-Workshop haben und die beraten, wie sie Videokommunikation einsetzen, sind wir vor Ort, wenn es machbar ist, sage ich mal, im Umkreis von anderthalb bis zwei Stunden auch zum Räumen anschauen, wenn wir Studios einrichten. Aber ich würde im Leben niemals ein neuer Kunde, der grundsätzlich Interesse hat, bei den ersten zwei Touchpoints rausfahren. Warum? Also ich auch selbst, wenn ich, sage ich mal, beim zweiten Touchpoint, der erste Touchpoint ist, die haben uns irgendwo gesehen, der zweite ist ein Telefonat, der dritte ist dann, wir machen einen Videocall hier im Studio, dass sie das Thema mal live erleben. Sag mal, 80 bis 90 Prozent, eigentlich 90 Prozent, möchten dann beim dritten Kontakt-Videocall, möchten eigentlich das Thema umsetzen. Ob es dann passiert ist, was anderes. Aber da ist eine große Bereitschaft. Dann hinzufahren und zu sagen, okay, macht ja Sinn, aber vorher springen ja immer wieder welche ab. Das ist ja ein gigantischer Aufwand. Also ich selber, mir war das völlig klar, dass das Sinn macht. Ja, und wenn ich mich so zurückerinnere, so am Anfang, ich muss leider das Wort wieder in den Mund nehmen, die Pandemie. Ich war ja damals vor geraumer Zeit noch in der Personalentwicklung tätig, habe da auch viele Sales-Trainings auch durchgeführt und geplant. Und meine Chefin damals, die hat zu mir gesagt, ich habe gesagt, Henrik, wir müssen umstellen auf digital. Und ich habe gesagt, nein, das geht nicht. Ich habe mich ein halbes Jahr wirklich gewehrt. Und ich muss sagen, heute, als ich mich einfach ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt hatte, es gibt doch nichts Schöneres. Man muss es natürlich gewohnt sein, auch mal in die Kamera reinzuschauen, ohne dass da jetzt direkt jemand sitzt. Das ist eine reine Gewohnheitssache. Ja, und man muss bereit sein, sich zu verändern. Ja, genau, Veränderungsbereitschaft. Und es gibt eben viele Menschen, die sind eher weg von, so von der Grundhaltung. Und manche eben auch hinzu und die weg von, die finden immer eine Ausrede. Und die hinzu, die versuchen es einfach mal. Und ich finde, das ist der richtige Weg. Ich hatte, ich glaube, vor einem halben Jahr eine Videokonferenz mit einem Professor in Silicon Valley. Der hat damals auch den ganzen Zuhörern, wir waren da so eine größere Gruppe, eben dann auch gesagt, Mensch, ihr braucht ein digitales Mindset. Wir können uns nicht mehr dagegen wehren. Der Zug rauscht sonst an uns vorbei. Und das braucht halt auch so eine gewisse Umgewöhnungszeit. Ich meine, ich bin jetzt auch 55 und ich habe mich wirklich schwer getan. Ich gebe es ja zu, bloß sobald du da eben drin bist und die Chancen nützt, allein schon die ganze Artificial Intelligence oder, wie sagt man das so auf Deutsch? KI. KI, genau, Künstliche Intelligenz. Das alles zu nützen, das ist im Endeffekt, überrollt es uns jetzt gerade im Moment schon fast, was da für Möglichkeiten gibt. Aber Mensch, da müssen wir doch offen sein dafür und für uns selber schauen, wie können wir es nützlich auch im Vertrieb einsetzen. Ja, und gerade jetzt, also wie gesagt, ich bin ja kein nativer Vertriebler, aber natürlich, ich habe nur noch im B2B-Bereich Kunden und ich kriege das ja regelmäßig mit Kunden, die letztes Jahr uns gesagt haben, Anfang nächsten Jahres, wir budgetieren hier das Projekt in Studio ein. Wir wollen es unbedingt machen, wir sehen den Mehrwert und da gibt es Kunden, die trotzdem erstmal abgesagt haben, weil die plötzlich zum Jahresanfang eine deutliche Delle festgestellt haben. Und in diesen Zeiten, wenn du da jetzt auf das Thema setzt und vor allen Dingen ja Zeit, wie du es schon schön beschrieben hast, Zeit und einfach bares Geld sparsen, natürlich ist es eine Investition. Hatte ich letztens auch wieder ein spannendes Gespräch mit jemandem, der auch meint, ja, kostet viel Geld und sonst was. Wo ich immer denke, naja, aber wenn du das nicht nutzen kannst und damit mehr Geld zu verdienen, dann ist es ja grundsätzlich was falsch. Aber du kannst einfach mehr in kürzerer Zeit machen. Und der Riesenvorteil, den ich sehe und ich erlebe es ja täglich an der Front, es macht ja noch fast keiner, es macht ja noch fast keiner vernünftig. Man sitzt vielleicht wie die Hennen auf der Stange im Callcenter mit dem Headset vor dem Laptop, aber man die nächste Stufe, so wie du es auch hast, das ist ja die totale Ausnahme. Also fällst du ja sofort im Erstkontakt massiv bei neuen Kunden auf. Und wenn du gerade Innendienst erwähnt hast, da fällt mir auch noch, habe ich immer so Impulse, da kommt bei mir das Thema Inside Selling. Also es gibt ja gewisse Customer Interaction Models, wo die Vertriebsgesellschaft natürlich ihre Kunden segmentieren nach A, B, C, D, E, F Kunden. Um eben dann die Vertriebs-PS auf die Straße zu bekommen, sollten dann die Außendienste eben nur zu A, B Kunden gehen. Der Rest wird eventuell über den Fachhandel abgedeckt, falls einer da ist. Und dann die letzten zwei Segmente eben über den Inside Sales. Und es gibt doch nichts Besseres, wenn die Inside Sales Mitarbeitenden direkt online mit den Kunden in Kontakt treten können. Ist doch perfekt. Ja, klar. Und vor allen Dingen... Sag du. Na ja, und vor allen Dingen dann auch nicht einfach nur reden und vielleicht eine PowerPoint zeigen, sondern was Praktisches in der Hand. Also hier, Buchsbeste Beispiel oder irgendein anderes Produkt zu sagen, hey, ich zeige Ihnen jetzt gerade mal XY und dann, was weiß ich, hier, zack, gehen wir auf eine andere Kamera. Hier ist Produkt XY, das ist gerade nicht zu sehen, aber da wäre jetzt normalerweise hier, ne, schwupp. Also kann ich ein bisschen was zeigen. Ja, genau. Die Leute fallen vom Stuhl. Ja, die fallen vom Stuhl. Allerdings nur dann, wenn du es tatsächlich auch richtig machst. Also es gibt, also ich habe mich ja wirklich auch mit dem, es ist nur ein kleines Büchlein. Bloß was da drin steckt, da steckt schon unheimlich viel Wissen auch drin, auf was es im Endeffekt wirklich auch drauf ankommt. Das fängt schon allein an, so wie wir jetzt beide im Bild sind. Auch vielleicht so das Thema Handgesen und der Blickkontakt. Es gibt ja das sogenannte Eye-Contact-Dilemma da. Die Leute, und wenn wir in Konferenzen sind, auch heute noch, entweder sind sie ganz unten im Bild oder schauen von ganz oben runter, geschweige denn sieht man irgendwelche Hände oder womöglich noch bis hierhin zu und ich kann gar keine Gestigen oder Mimiken erkennen. Und das sind lauter so Kleinigkeiten, die brauchst du einfach, die musst du wissen. Und sonst baust du kein Vertrauen auf. Und Vertrauen ist halt im Endeffekt immer noch, sagen wir mal, die beste Währung im Vertrieb. Ohne Vertrauen kein Geschäft. Ich denke auch, dass das einer der Hauptgründe ist, wenn Video-Selling nicht funktioniert, warum es nicht funktioniert. Und das will man halt häufig auch in Unternehmen oder auch wenn ich mit Verkäuferinnen und Verkäufern spreche, man will das ja erst mal nicht hören, weil, also so meine Erfahrung und auch so, sag ich mal, die Metamorphose, die ich bei manchen erlebt habe, man hat ja eigentlich festgestellt, im persönlichen Kontakt hat es super funktioniert, mit Interessenten, mit Kunden. Da konnte man seinen Charme ausspielen und jetzt plötzlich, bei Video funktioniert es nicht und wir Menschen sind ja so gestrickt, wir suchen ja nicht den Fehler bei uns, sondern immer woanders erst mal. Und dann ist es halt grundsätzlich, Video ist kacke, das funktioniert alles nicht. Und dann bin ich gleichzeitig mal so erstaunt, wenn ich mir dann angucke, wie sich die Leute meistens präsentieren. Und wenn ich ihnen dann die absoluten Basics dann zeige. Ich habe jetzt letzte Woche, glaube ich, bei LinkedIn oder vorletzte Woche wieder einen Post gehabt, so meine drei Top-Tipps, um halt einfach mal mit ganz wenig Aufwand einen riesen Impact hinzukriegen. Die Resonanz da drauf hätte ich nie gedacht, auch weil ich an Nachrichten bekommen habe, super, das hat mir richtig geholfen. Basic-Tipp Nummer eins war, setz dich nicht vor ein Fenster oder einen hellen weißen Hintergrund oder eine Lichtquelle, weil du dann total dunkel bist, hinten hell. Tipp Nummer zwei war, Kamera auf Augenhöhe, nicht oben auf dem Bildschirm oder unten ins Laptop, sondern auf ein kleines Stativ vor dem Bildschirm und Punkt drei, Ton. Ton ist fast schon wichtiger als das Bild, wenn man sich hier hört. Sei nicht zwei Meter weg von deinem Podcast-Mikrofon, sondern maximal 30, 40 Zentimeter, damit man es hören kann, beziehungsweise hab ein Podcast-Mikrofon. Und das sind ja sowas von absolute Grundlagen, weil sonst kannst du ja weder mit Mimik, Gestik noch mit Sprache überhaupt was reißen. Und da hapert es ja schon bei den meisten. Da ist noch viel, viel Aufklärungsbedarf. Ja, weil sie es vielleicht auch nicht wissen. Und du hast vorher angesprochen, im Face-to-Face-Kontakt funktioniert das alles wunderbar. Klar funktioniert es da wunderbar, weil wir ja multifunktional oder multidimensional ja auch wahrnehmen. Das heißt, wir haben ja diese fünf oder dementsprechende Sinneskanäle visuell, also mit den Augen, dann haben wir ja auditiv, das Gesprochene, das Gehörte. Dann haben wir das Kinästhetische, das Gefühl. Dann haben wir noch olfaktorisch riechen und gustatorisch ist dann schlussendlich der Geschmack. Und das sind natürlich fünf Dimensionen, die wir alle unbewusst auch wahrnehmen. Stell dir vor, du sitzt im Meeting mit vier, fünf Leuten um dich herum. Die musst du gar nicht anschauen. Du spürst einfach unbewusst die Schwingung. Und das ist natürlich in diesem zweidimensionalen Raum, in dem wir uns eben digital befinden, natürlich eingeschränkt. Da haben wir im Endeffekt ja nur zwei Kanäle. Also sehen und hören. Und wie du schon perfekt angesprochen hast, das Hören, wenn das Mikrofon nicht funktioniert, und das so abgehackt alles kommt oder ganz schwach, dann ist die Kommunikation einfach gestört. Dann gibt es kein Sender-Empfänger-Prinzip. Dann ist es aus. Und was kostet so ein Podcast-Mikrofon? 100, 150 Euro und es wäre perfekt. Ja. Und vor allen Dingen, wir haben ja dann nur die zwei Kanäle. Also muss auf den beiden Kanälen wirklich höchste Qualität sein, damit alles reibungslos rüberkommt. Meine Erfahrung ist ja auch, wir haben so ein mobiles Pop-Up-Studio, mit dem wir auf Kongresse, Konferenzen und Messen fahren. Und was wir teilweise auch auf Anfrage dann verleihen. Und ich mache das, oder wir machen das, meine Frau und ich, wir machen das alleine meistens, diese ganzen Veranstaltungen. Wir gehen dahin, was uns Geld kostet und Zeit kostet, um die Leute aufzuklären. Weil ich festgestellt habe, das Thema ist für viele so, ja, immer noch so abstrakt. Also auch wenn ich mit Unternehmen spreche, ein Verkaufsstudio, dann sind die direkt schon so, oh, ich brauche jetzt hier kein TV-Studio, irgendwie so 500 Quadratmeter. Nein, dann gucken sie mal alle, wenn wir mit dem kleinen Setting da sind und sie es vor allen Dingen mal selber erleben. Also sie können sich das ja vorstellen, können selber Kameras umschalten und, und, und. Und ich glaube, ich wiederhole mich jede Woche in meinen LinkedIn-Posts, auch in Gesprächen, sonst was immer wieder das Gleiche. Man muss es erfahren. Aber das ist halt momentan immer noch was völlig Neues. Auch das Setting, was du hast. Das ist ja schon High-End für Verkaufsgespräche. Verkaufsgespräche. Sowas hat doch fast keiner. Nee, das hat wirklich fast keiner. Und deshalb ist es so wertvoll, dass es dich oder Unternehmen wie dich eben gibt. Weil ich könnte eins sagen, bis ich das Setting hatte, das waren viele Ausprobierstufen, sage ich mal. Ich habe jetzt noch zwei Canon-Spiegelreflex-Kameras bei mir im Schrank liegen, die einfach nicht funktionieren. Bloß ich musste mich rantasten. Es war ein Haufen Geld und Zeit. Und deshalb ist es doch so wertvoll, wenn es Profis wie dich gibt, die das einfach aus dem Ärmel schütteln und das Setting aufbauen. Und es funktioniert einfach. Und es ist so einfach mit den Tasten, Kameras rumschalten und so weiter. Also ich finde das einfach fantastisch. Und die Leute dann auch schuld. Und ich habe vor kurzem nochmal, ich weiß nicht, ob du das schon, oder ob du das weißt, ich hatte so einen Sales Excellence Fachbeitrag, habe ich nochmal geschrieben. Der ist jetzt aktuell in der aktuellen Ausgabe drin. Und da geht es so ein bisschen auch darum, um das Thema Implementierung auch von digitalem Verkauf in Vertriebsmannschaften. Und da habe ich auch ganz klar geschrieben, lass es uns doch mal probieren mit einem Pilotteam. Nehmen wir einfach mal drei, vier Leute raus, die da wirklich Interesse dran haben. Starten wir die mal mit einem einigermaßen guten Equipment aus. Das muss nicht gleich 20.000 Euro kosten. Eine gescheite Kamera, gescheite Beleuchtung, gutes Mikrofon, digitaler Hintergrund vielleicht oder auch ein schönes Roll-up, je nachdem. Und dann natürlich auch die Verbindung mit Marketing schaffen, dass das Marketing dann dem Vertrieb logischerweise auch die richtigen Unterlagen dann zukommen lässt. Seien es Video, seien es coole Broschüren, die man mal schnell teilen kann, mit dem Bildschirm teilen. Da braucht es wirklich eine Verknüpfung mit Marketing ganz extrem. Und das braucht es sowieso in der heutigen Zeit. Viele Vertriebe haben getrenntes Marketing und Vertriebsbereich. Und das gehört aus meiner Sicht sowieso komplett miteinander verknüpft, dass dann wirklich auch die Bedürfnisse der Kunden, die der Vertrieb ja eben weiß, dann auch durchs Marketing dementsprechend auch begleitet wird. Macht absolut Sinn. Ja, und da braucht es wirklich, da braucht es auch mal so einen ersten Schritt, auch mal ein bisschen Mut. Weil wenn ich jetzt an Vertriebsmannschaften denke mit 200 Vertrieblerinnen und Vertriebler oder noch mehr oder 100 oder 50, das kann ich mir schon vorstellen, dass da eine erste Hürde erstmal da ist. Wollen wir das alles investieren? Machen die Kolleginnen und Kollegen? Nutzen die das dann überhaupt? Und da wirklich mit so einem Pilotteam starten, die nachher wiederum auch die positiven Erfolge, die Best-Practice-Beispiele auch zu ihren Teams raustragen und auch die Teams dann begeistern. Ich sage immer so, Betroffene zu Beteiligten machen, so eine Partizipation ermöglichen an dem ganzen Prozess. Und wenn es dann jeder bei rauskommen soll, nee, macht für uns wirklich keinen Sinn, dann ist es auch in Ordnung. Dann haben wir es wenigstens ausprobiert. Aber da ist noch viel. Also wie du schon sagst, viele wissen noch gar nicht so richtig, wie das so einzusetzen ist. Und ich muss sagen, ich bin seit vielen Jahren ganz arg, habe ich so mal einen Blick auf den Markt in den USA drüben. Vertriebstrainings, was machen die da alles? Und da muss ich sagen, da sind wir noch meilenweit hinter den USA hinterher. Also bei denen ist das absoluter Standard. Allein schon, wenn ich jetzt an das neue Thema denke, Video-Selling, vielleicht auch einfach mal ein Angebot mit einem E-Mail drin, mit einer schönen Videobotschaft. Einfach auch nur ein bisschen, also das ist doch Wahnsinn. Also ich glaube, wir überlegen heutzutage immer mehr, wie können wir uns denn eigentlich beim Kunden unterscheiden? How makes the difference? Wie können wir uns differenzieren? Die Produkte sind heute so vergleichbar. Und da geht es einfach nur über den Vertriebsprozess. Absolut. Und da die Kunden weg. Und witzig, dass du uns ansprichst. Thema Videobotschaften. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute ich da schon vorhin erzählt habe, die mich groß angeguckt haben. Für mich ist das seit zwei Jahren Standard. Also das schönste Erlebnis hatte ich jetzt mit zwei Unternehmen, mittelständisches Unternehmen aus Baden-Württemberg und mit einem schon recht großen Telekommunikationsanbieter, wo wir jetzt gerade dran sind. Und beiden hatte ich Konzepte und unser Angebot per Video, also geschickt, das PDF geschickt, eine Präsentation, ein Keynote gemacht. Beides auch als PDF angehangen, aber er geschrieben, schauen Sie sich bitte erst mal das Video an, da erkläre ich alles, dann können Sie immer noch in die Dokumente gucken. Perfekt. Ich mache das mit Loom. Ich kenne jetzt andere nicht direkt. Es gibt auch andere Programme des Praktisches. Du siehst halt in Loom, wann hat sich das jemand angeguckt, völlig anonym. Und wie lange? Jetzt könnte man natürlich als Hardcore-Seller, könnte man hingehen, okay, der hat es zu Ende geguckt, drei, zwei, eins, Anruf, mache ich alles nicht. Finde ich schlimm. Aber das Interessante ist halt, es ist eine gewisse Korrelation zwischen Anschauen des Videos, also wie lange schauen Sie es sich an und stattfinden des Auftrages oder wie schnell der stattfindet. Also der Klassiker ist, wenn der Kunde oder die Kundin sich das Video zu 100% angucken, also wirklich bis zum bitteren Ende, in Anführungsstrichen. Da gibt es auch Videos, die sind manchmal eine halbe Stunde lang, wenn es komplexe Produkte sind, Projekte sind. Im ersten Kontakt mache ich so zwei Minuten, eine Minute, 30 Sekunden, aber wirklich nachher, dann haben die alle Infos, die die brauchen, alle Eventualitäten und, und, und. Und die, die sich zu 100% angucken, das machen fast alle, da kann ich davon ausgehen, das Projekt wird relativ reibungslos und relativ schnell starten und das sind Leute, die es verstanden haben mit der entsprechenden Wertschätzung auf Augenhöhe. Und das ist der Knaller. Ich habe von diesem Telekommunikationsunternehmen, der Vertriebsleiter, der war völlig fertig, der sagt, der hat mir eine E-Mail geschrieben, lange her gibt es ja, ich bin total platt, ganz stark, ich bin begeistert, ich möchte das bei uns im Team jetzt auch einführen, sobald wir unser Studio haben. Ja, das ist genial. Allein schon die Videokommunikation oder einen festen Termin zu vereinbaren mit dem Kunden, wenn es um die Angebotserstellung geht, da denken ja auch viele Vertriebler und Vertrieblerinnen gar nicht richtig dran. Die sind so im Stress, die schicken dann das Angebot raus, also stellen wir uns vor, die Bedarfsanalyse ist durch, wir haben die Lösung präsentiert, jetzt geht es darum, ein Angebot zu erstellen. Und viele schicken dann einfach nur das Angebot plump raus, wie früher halt. nur was wäre denn, wenn wir gleich einen konkreten nächsten Schritt vereinbaren würden und sagen, okay, wir schicken Ihnen das Angebot raus, ich würde es Ihnen gern dann nächste Woche nochmal präsentieren und erklären, können wir denn dann nicht gleich mal eine Videokonferenz einstellen. Und das ist doch, das ist professioneller Vertrieb auf höchstem Niveau. Ich muss da nicht nachtelefonen, ja, haben Sie das Angebot bekommen, haben Sie es gelesen, was halten Sie davon? Das ist ja absolut oldschool. Und viele Angebote gehen einfach auch unter. Und wie oft haben wir es im Vertrieb schon erlebt, wenn der Kunde ein Angebot nur als Drittangebot benötigt hat, um dann schlussendlich das Erstangebot sowieso zu kaufen, dann geht der auf einmal nie mehr ans Telefon. Der sieht unsere Nummer und da geht er nie mehr ran. Und ich sage immer, oder wenn mich jemand fragt, Mensch Henrik, wann ist ein Verkaufsgespräch wirklich ein richtig gutes Verkaufsgespräch? Dann sage ich, das ist ganz einfach. Immer dann, wenn du einen Verkaufsabschluss direkt erzielen kannst, geht nicht immer, oder die nächsten konkreten Schritte direkt mit dem Kunden vereinbarst. Dann ist es ein perfektes Verkaufsgespräch. Und wenn du da einfach nur rausgehst, Angebot verschickst, ohne konkreten nächsten Schritt, war es eigentlich schon oftmals für die Katz. Ja, oder wenn der Kunde sagt, ja, wir melden uns oder mal gucken und wir müssen noch ein paar Sachen klären, das kenne ich auch, und die dann wieder zu aktivieren, also, aber auch da hilft Video. Ich hatte jetzt auch wieder, diese Woche habe ich wieder drei Nachfassnachrichten geschickt, wo Kunden sich melden wollte, auch einer, der total begeistert war. Aber es ändern sich natürlich Umstände und der hatte wahrscheinlich im Kopf, okay, der Umstand bei uns hat es jetzt geändert, ich muss das ganze Projekt ein halbes Jahr nach hinten schieben, deshalb der nächste Schritt in Planung des Workshops, weil es unser erster Schritt ist und so, macht jetzt erstmal keinen Sinn, also hat er sich nicht bei mir gemeldet. Aber für mich ist es doof, ich habe keinerlei Gewissheit und für jeden Vertriebler, für mich persönlich nochmal, ist Gewissheit ganz wichtig, damit ich weiß, wo ich dran bin. Also 30 Sekunden heraus, hey, wie sieht es aus? Dann sollen wir sprechen und dann hat er mir sofort, ich glaube innerhalb von fünf Minuten, nachdem er das Video geguckt hat, mir eine Nachricht geschickt und dann wusste ich Bescheid. Und diese Erfolge habe ich nur mit, seitdem ich Videobotschaften einsetze. Ja, ja, ja. Ich finde das super. Also, muss ich echt sagen. Ja, und die meisten kennen es halt echt nicht. Also die positiven Feedbacks, die ich da jedes Mal bekomme, alleine, wenn ich Angebote erkläre. Und du siehst dann auch, finde ich, wenn du siehst, jemand hat angefangen, das Video zu gucken, manche gucken das in drei, vier Etappen. Dann siehst du dann bei Loom, okay, jetzt hat das zu 90 Prozent geguckt, das Geplinkl am Ende. Hat er sich weggelassen. Aber wenn du siehst, da hat einer nur 10 Prozent geguckt und du hakst dann nach. Und dann nochmal nach. Also meine Erfahrung ist, das ist eigentlich eine Sackgasse, weil der hat kein wirkliches Interesse. Ja, und wir sind so unter Zeitdruck im Vertrieb schon immer gewesen. Heute ist irgendwie, ich meine, die Veränderung oder die Geschwindigkeit der Veränderung in der heutigen WUKA-Welt, wo wir so schön davon sprechen, wo alles unsicher ist und weiß Gott, was alles komplex wird. Wir haben da nicht mehr so viel Zeit. Das geht alles immer schneller. Und überlegt euch doch mal, wenn man dann im Endeffekt ein Angebot rausschickt oder hat vielleicht 20 Angebote raus, muss ich laufen, dann das auf Wiedervorlage legen. Ach, das frisst doch Zeit ohne Ende. Bloß ich denke, Florian, bevor wir glaube ich mit Video-Selling anfangen, sollten wir erstmal vielleicht den Video-Verkauf starten. Und das ist dann glaube ich die nächste Evolutionsstufe oder sagt man Revolutionsstufe dazu? Ich weiß nicht. Beides. Beides wahrscheinlich dann genau. Und es gibt so viele tolle Möglichkeiten. Wir müssen es einfach nur tun. Ja, und auch den Mut haben. Also ich glaube auch, meine Erfahrung ist auch, ich bin da mal, du kennst ja auch den Daniel Koch. Den kennst du doch, Vertriebsmaschinenbauer von LinkedIn. Nee, kenn ich jetzt tatsächlich. Ach, kennst du gar nicht. Nee, kenn ich nicht. Der ist als der Vertriebsmaschinenbauer bei LinkedIn und bei YouTube sehr erfolgreich mit unheimlich viel Videocontent. Und das ist eine total spannende Sache, weil er ist wirklich sehr konsequent, hat ein tolles Team, was ihn dabei unterstützt. Und was ich so spannend finde, ist, dass er etwas, letztens beschrieben hat, auch in einem Podcast bei mir, was er immer mehr erlebt, nämlich, dass Kunden von ihm gar nicht mehr überzeugt werden müssen. Er gar nicht mehr davon erzählen muss, wer ist, was er macht, sondern es wirklich konkret um das Thema geht, was sie brauchen von ihm. Und er sagt, das Schärfste war, Kunden, die direkt ihn schon geduzt haben, weil sie ihn quasi kannten durch die ganzen Videos von LinkedIn. und dann auch direkt sagt, na du, wir müssen jetzt gar nicht mehr über, ich will einfach nur mit dir den Zeitrahmen besprechen, Vertriebsteam, halbes Jahr betreuen, Umfang und so weiter. Und er sagt, das war total smooth. Und er erlebt das immer mehr. Wieso? Und da sind wir nämlich beim Schritt davor, bevor ich mit Videobotschaften sowas arbeite. Durch seine Sichtbarkeit, das hat natürlich jetzt ein Jahr gedauert oder anderthalb Jahre, hat er unsichtbar Vertrauen aufbauen können, weil er weiß ja gar nicht, wer schaut sich die Videos an. Und die Leute kommen dann, die Kundeninteressenten kommen dann, wenn sie ihn brauchen und sind schon auf einer ganz anderen Qualifikationsstufe. Er muss sie gar nicht mehr überzeugen. Und das ist absolut genial und das können so viele Unternehmen auch schaffen. Man frisst sich ja nicht gegenseitig das Brot weg, weil jeder Kunde hat seinen Anbieter. Aber diese Art von Sichtbarkeit, das ist ja, was ich auch immer wieder wiederhole, Leute, Sichtbarkeit. Ihr kriegt die beste Sichtbarkeit mit Video, mit selbstgemachten Videos. Sie dürfen auch Ecken und Kanten haben. Das darf nicht von irgendeiner Videoagentur platt gebügelt sein. Es muss authentisch sein, damit die euch als Menschen, als Unternehmen mit seiner DNA kennenlernen. Und ja, das ist nichts, was du sofort messen kannst, wie im Marketing leider häufig der Fall, wo du sagen kannst, wir haben jetzt vier Wochen Videos gemacht, wo bleibt die Umsatzsteigerung? Aber das ist, ja, es ist wie bei Podcast. Ja, es braucht Zeit einfach. Genau. Und das geht dann irgendwann, geht es hoch. Genau. Und da musst du einfach, wie sagt, der Dirk Reuter hat es, glaube ich, hat es gesagt, Erfolg heißt nicht direkt, oder ist nicht direkt in Geld messbar, Erfolg heißt durchzuhalten. Und das finde ich tatsächlich, finde ich einen ganz, ganz guten Spruch, weil das ist wirklich eine Kompetenz, die Unternehmer oder auch Vertriebler eben tatsächlich brauchen, einfach auch durchzuhalten, auch mal über, sagen wir mal, eine gewisse Strecke, einfach auch mal ein bisschen eine Durststrecke zu erleben und trotzdem weiterzumachen. Komm, lass uns weitermachen, gib mir Gas. Und das, was du gerade gesagt hast mit diesen Videobotschaften, ich habe bis jetzt noch nichts über YouTube geteilt, werde ich jetzt allerdings extrem starten, also ich baue jetzt richtige YouTube-Videoserien auf, weil ich genau das denke, was du oder die Erfahrung, die du schon gemacht hast. Und ja, da können wir uns vielleicht in einem Jahr noch mal unterhalten, wie es dann funktioniert hat. Aber da bin ich felsenfest tatsächlich auch überzeugt. Wie du schon sagst, es gibt viele Menschen, die merkst du gar nicht, dass sie bei dir auf dem YouTube-Kanal sind. Und Andreas Buhr hat es auch mal toll gesagt, die Kunden sind die neuen Experten in der heutigen digitalen Zeit, weil sie eben vorher schon, also wenn man die Customer Journey anschaut, von daher hast du vorher auch schon mal ganz kurz gesprochen, dann sind die ja schon ganz weit auf der Customer Journey, bis sie dann endlich uns im Vertrieb dann auch anrufen. So wie es früher war, wenn ich mit ehemaligen Vertrieblern rede, die vor 30, 40 Jahren im Vertrieb unterwegs waren, die hatten ja nicht mal ein Telefon. Die gingen wirklich morgens raus, haben sich mitten am Tag per Telefonzelle, das kennen heute wenigstens noch, kurz in der Zentrale gemeldet, ja, da bin ich und so weiter, machst du immer vielleicht das und das. Das waren ja ganz andere Zeiten. Heute ist der Kunde der neue Experte und das müssen und dürfen wir auch beachten, auch bei der Beratung. Und den Kunden nicht mit Zahlen, Daten, Fakten totschlagen, sondern wirklich in der Bedarfsanalyse, im Beratungsgespräch. Ich sage immer, erst eine reflexive Beratung durchzuführen, also mit ganz, ganz vielen Fragen, um auch wirklich das Bedürfnis und die Motive vom Kunden zu verstehen, um dann nachher in eine Beratung mit Ratschlag zu gehen. Das heißt dann, dann dürfen wir endlich unser ganzes Know-how, was wir über Produkte, Dienstleistung, Services dann auch haben, dürfen wir dann auch präsentieren. Und das wird viel, also fast immer falsch gemacht. Oftmals spricht der Verkäufer 80 Prozent vom gesamten Verkaufsgespräch und wundert sich dann nachher, ja, wieso hat er denn nicht gekauft, der Kunde? Naja, weil ich vielleicht auf seine dominanten Kaufmotive gar nicht eingegangen bin. Ja, und das sind, es gibt viele. Aber du merkst, wir kommen von einem Thema schon ins andere wieder rein. Aber es hängt ja auch irgendwie global alles miteinander zusammen. Ja, ich glaube auch, diese Veränderung, ich meine, ich komme aus einer Branche, aus der Medien- und Musikbranche ursprünglich, die vor 20 Jahren schon auf dem Level war, was technische Innovationen, was Nutzung technischer Mittel, Kommunikationsmittel betrifft, heute teilweise immer noch nicht in der breiten Masse in der Industrie im Mittelstand angekommen ist. Deshalb sind viele Dinger, da reibe ich mir verwundert die Augen. Also das erste Große, als ich vor, das ist jetzt fast, naja, schon zwölf Jahre her, so meinen Ausstieg aus der Musik- und Medienbranche begonnen habe. Damals hatte ich Kontakt, wir waren Partner, meine Frau ist Videografin, ich bin ja Tonmeister, wir waren Partner einer Trainingsfirma und haben dann ganz viel für große deutsche Konzernen, Unternehmen, mit denen halt Kommunikations- und Trainingsvideos konzipiert und produziert. Und dann war in dem Kontext, hatte ich mit einem Trainer zu tun, der erzählte mir dann von Agile-Coaching und agilen Planungsmethoden und sonst, ich habe das null kapiert, gar nicht kapiert. Und dann hat er es mir irgendwann mal erklärt, wenn er so meinte, naja, wir machen hier viel in der Softwarebereich, früher war das so, Pflichtenheft geschrieben, alle haben es abgesegnet, dann wurde programmiert, bis fertig war, dann wurde es dem Kunden vorgestellt, Umweltkunde, Himmel, Herrgott, das war doch nicht, wie wir uns vorgestellt haben. Und dann ging es hin und her. Meine erste Frage, sind die blöd gewesen? Und er so, wieso das, ja wie kann man denn so, war völlig, war völlig für mich, wieso? Weil es bei uns in der Medienbranche schon seitdem ich Mitte der 90er damit zu tun habe, immer so war, dass das agil geht, weil du kannst, leider ist es extrem, weil es eine kreative Arbeit ist, du kannst das nicht machen, das ist völlig unmöglich. Und ich war echt schockiert, dass das, wie lange gibt es das in Deutschland, 10, 15 Jahren, dass man da mal agil rangeht? Oh ja, also in der, also in der, ich sag mal in der Softwareentwicklung, tatsächlich wahrscheinlich, 10, 15 Jahre, und da kommt es ja auch her, das Ganze, und wie du schon sagst, das sind die sogenannten Wasserfallprojekte mit Pflichtenheft, wo dann irgendwann, sagen wir mal so, wir schreiben morgen ein Pflichtenheft, das Projekt wäre in drei Jahren dann fertig, und dann wird aber wirklich stoisch nach diesem Pflichtenheft das Ding bis in drei Jahren fertig gemacht und dann hat sich vielleicht der Markt verändert, dann passt das Produkt auf einmal nicht mehr und das, was du vielleicht jetzt sagen magst, ist das Thema iterative Prozesse, immer wieder mit dem Kunden ins Gespräch zu gehen und bei so einem, sagen wir mal, agilen Projekt ist zwar das Projekt an sich bekannt, bloß das, was nachher herauskommt, ist noch nicht eindeutig, und das haben jetzt immer diese iterativen Prozesse, Scrum Boards und so weiter und so fort und das finde ich super spannend, bin auch Scrum Master und Project Owner, habe da Ausbildungen gemacht und finde es einfach nur genial, so zu arbeiten. Man muss halt schauen, wo es reinpasst. Aber daran sieht man halt, wie schwer es ist, gewisse notwendige Veränderungen zu implementieren, insbesondere bei der doch sehr, sehr hohen Veränderungsgeschwindigkeit, die wir heute haben und das bringt mich auch wieder zu meiner Frage am Anfang zurück, was hindert die Unternehmen und auch die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter im Vertrieb und sonst wo daran, sich zu verändern? Und ich glaube, und ich meine das nicht böse, nur ich habe durch meine Arbeit und auch durch meine ehemalige Branche, die sich eigentlich, also die Musikbranche ist seit Ende der 90er im Niedergang, konstant, also was heute teilweise von Künstlern akzeptiert wird, das ist einfach schamlos, also muss man einfach sagen, sowohl finanziell auch der Umgang, also würdelos teilweise auch. Deshalb weiß ich, was passiert, wenn man eine Veränderung einfach nicht mitmacht. Für mich war es jetzt der Ausstieg und ich habe viele Durststrecken und schlimme Zeiten auch erlebt und ich glaube daher, die Veränderung bei vielen Unternehmen und vielen Mitarbeitern findet nicht statt im Kopf, weil sie es bisher nie mussten. Also es war nie so der richtige Need, weil in den letzten 20 Jahren, jetzt mal verallgemeinert betrachtet, das kriege ich auch von vielen Unternehmern gespiegelt, lief es in Deutschland ja immer noch ziemlich gut, wenn nicht sogar in den letzten 30 Jahren so richtig schmerzhaft, wie wir das in der Musikbranche erlebt haben, dass plötzlich eine komplette Branche in sich kollabiert, wo du als Dienstleister gar nichts mehr reißen kannst, weil plötzlich deine Kunden, sprich Musiker, Plattenfirmen, alles selber machen, bis hin zu HitNest ist das jetzt KI-generierte Musik, da fällt der gesamte Bereich Gebrauchsmusik, hier so viele Videos und so, das ist alles in ein paar Jahren tot, braucht keiner mehr, weil das wird KI generiert. Diese Notwendigkeit war nie und ich glaube, die wirklichen Durchbrüche in der Veränderung kommen wie bei einem persönlich dann, wenn bei den Unternehmen angekommen ist, dass jetzt wirklich die Bude brennt. und Agilität, wenn du heute jemanden fragst, ja was heißt denn überhaupt Agilität, Definition von Agilität, ja das ist halt agil, da muss man beweglich sein, aber im Endeffekt ist Agilität nichts anderes, auf sich verändernde Marktbedingungen zu reagieren, also wirklich zu schauen, die Augen und Ohren offen zu halten, weil schauen wir zu Nokia zurück, schauen wir zu Agfa zurück, das waren alles Top-Unternehmen mit Top-Management, die sind auch nicht, sage ich jetzt mal, auf der Nudelsuppe daher geschwommen gekommen und auf einmal war es halt aus und das ist immer, sein Geschäftsmodell immer auf den Prüfstand zu stellen, passt es noch, ist es noch zukunftsfähig, was muss ich vielleicht ändern, was muss ich anpassen und da geht es auch ganz viel um Veränderungen und du hast es vorher angesprochen, weshalb verändern sich Menschen nicht gern und da sind wir jetzt schon direkt in der Organisationsentwicklung drin, um Veränderungsprozesse zu begleiten und Veränderungsprozesse oder ein Veränderungsprozess an sich ist eigentlich nichts anderes als ein Sterbeprozess. Wenn jemand Geliebtes verstirbt, dann ist man da traurig, man möchte es erst gar nicht wahrnehmen, man kann es gar nicht glauben und irgendwann kommt dann die Akzeptanz und dann fängt auch wieder das normale Leben an und so genau so ist es auch in Unternehmen, in Organisationen. Wenn eine Veränderung ansteht, dann gilt es, die Veränderung wirklich professionell zu begleiten und dann wundert sich die Geschäftsführer, ja, also jetzt haben wir uns so tolle Dinge einfallen lassen, das sind doch alle top, high-endig und die Leute machen gar nicht mit. Leute, ihr müsst euch gar nicht wundern, weil das ist der normale Mensch, weil der Mensch immer erst mal gegen was Neues ist, der hängt an seinem Alten fest, das ist wie bei dem Sterbeprozess, der trauert um diese alte Situation, den muss man, diese Leute dürfen wir begleiten und irgendwann kommt die Akzeptanz und dann kommt auch die Erkenntnis, oh, geht ja doch nicht so schlecht, könnte ja doch besser sein als vorher und dann geht es wieder voll in die Leistung rein und viele vergessen immer, wie viel Geld das kostet, wenn so ein Veränderungsprozess nicht begleitet wird, weil da kommt eine Starre in den Betrieb, anstatt gleich von Anfang an mit Experten und Expertinnen diesen Veränderungsprozess zu designen, zu begleiten mit entsprechenden Workshops, Partizipation mitmachen und dann wird es auch was und diese Akzeptanz zu haben und zu verstehen, ist ganz normal, dass die Menschen erst mal dagegen sind, das fehlt mir oft. Oftmals wird wie mit der Axt im Wald einfach alles umgehauen. So, heute haben wir ein Meeting, ab morgen ist alles anders, geschweige denn, dass manche vielleicht gar nicht mehr im Organigramm zu sehen sind, ganz komisch und ja, also da gilt es auch, es gibt noch so viele Dinge zu ändern und zu verbessern und es ist ein Riesenpotenzial und da sage ich auch immer so ein bisschen meine humanistische Grundhaltung, Menschen sind doch alles Menschen, die haben doch ihre Gefühle und wir können doch denen nicht einfach mit Füßen treten und es gab, ich war ja viele, viele Jahre im Hause Kärcher tätig, Kärcher Reinigungsgeräte und der Herr Kärcher, der Gründer, der hat mal einen Spruch gesagt und dann muss ich jetzt einfach loswerden und der hat gesagt, es sind die Menschen in unserem Unternehmen, die einen Erfolg erst möglich machen und das hat er ganz genau richtig erkannt und ich glaube, das fehlt mir heute ganz oft. Weißt du das? Das ist ein sehr schöner Schlusssatz. Sehr schönes Schlusszitat, weil es letztendlich die Essenz von vielen Dingen, die wir beide tun, zusammenpackt und vielleicht noch eine kleine Ergänzung noch, das, was du gerade beschrieben hast, finde ich großartig, dass du das mal so beschrieben hast, denn das ist auch eine Erfahrung, die ich leider bei zwei, drei Kunden auch machen musste, die diese Nachbetreuung gar nicht wollten, also die total begeistert waren, Thema Videokommunikation, wir haben mit den Workshops im Vorfeld gemacht, Prozesse, Formate entwickelt, Studio eingerichtet und dann gesagt, okay, und jetzt lasst uns arbeiten. Jetzt lasst uns eure Mitarbeiter in der Hand nehmen, da waren auch einige, die waren bei den Workshops total begeistert, auch da wieder, wenn sie es erleben und dann auch bei 50 oder 20 Mitarbeitenden hast du welche, die plötzlich total aufgehen und alle anderen mitreißen können und die zwei Unternehmen, das war echt schade, weil ich habe dann später mitbekommen, dass die fast gar nichts mehr umsetzen. Wieso? Weil die Begeisterung war dann weg, dann ist man wieder in das alte Fahrwasser, die Geschäftsführung hat es dann genutzt, ab und an mal eine Videobotschaft schicken und einen Livestream zu machen und dann ist das ganze Thema Untergang. Mich wurmt es, weil ich das Potenzial sehe und auf der anderen Seite natürlich auch so ein bisschen Hinterkopf habe, naja, wenn dir einer fragt, was macht ihr, dann werden sie bestimmt nicht selber sagen, wir kriegen es nicht umgesetzt, sondern der Dienstleister, der hat es nicht richtig gemacht. Und das finde ich einfach so schade, weil sie haben da riesiges Potenzial schon da, wo andere Firmen noch gar nicht sind, waren aber da nicht, ich sag mal, zu knickerig, sich bei der richtigen Umsetzung begleiten zu lassen. Ja, und das ist, möchte ich noch ein Wort dazu sagen, das ist eigentlich, im Endeffekt machst du ja auch nichts anderes als Equipment zur Verfügung stellen und Erwachsenenbildung. Ja, wobei das Equipment zur Verfügung stellen ist das kleinste, aber alle denken immer, das ist so toll und groß, nicht als Studie, es ist ein Mittel zum Zweck, das Wichtigste ist die Schulung, also das ist das Wichtigste. Das Training. Und seit ich in dieser Erwachsenenbildungszene unterwegs bin, wurde mir immer klarer und vielen da draußen ist es schon lang klar, das größte Thema in der Erwachsenenbildung ist der Transfer. Und wenn Unternehmen einen Haufen Geld in die Hand nehmen für Trainings und denken nicht an die Transferleistung, hätten sie das Geld eigentlich direkt den Kamin reinschmeißen können, ehrlich gesagt. Und das finde ich so schade. Und wie du schon sagst, da braucht es Begleitung. Die Menschen sind hochauf begeistert von deiner Schulung. Die wollen das machen, die wollen es tun. Jetzt stehen sie allerdings allein im Studio, weil alles kann sich kein Mensch merken und dann klappt es auf einmal nicht, dann haben sie keine Lust mehr und dann lasst es bleiben. Genau. Genau das war in den Fällen auch. Genau so ist es gelaufen. Ja, und das ist so schade. So schade. Wollen wir hoffen, dass es sich zumindest in Teilen ändert und bei denen ändert, die offen und bereit dafür sind und dann, dass sie dann auch die richtigen Maßnahmen ergreifen. Ja, ganz, ganz wichtig. Ich habe noch ein Zitat von meinem Henry Ford. Wenn du denkst, du kannst etwas oder du denkst, du kannst etwas nicht, du wirst beides mal recht behalten. Und das hat mich mein ganzes Trainer- und Beraterleben schon begleitet und das mache ich allen einfach nochmal mitgeben. Denkt und glaubt an euch einfach, dann klappt es auch und ja. Absolut. Prima. Henrik, vielen, vielen Dank für deinen Input. Hier nochmal für diejenigen, die Videos gucken, das ist Henriks Buch. Virtuelle Verkaufsgespräche professionell planen und durchführen. Ich kann es nur empfehlen. Ich bin ehrlich, nicht ganz gelesen, weil ein paar Parts für mich als Nicht-Verkäufer waren ein bisschen zu sehr ins Detail, aber ich finde es genial, weil eigentlich alles drin ist, was man erstmal für das Thema braucht als Einstieg. Du hast sogar hinten eine schöne Sektion, wo du auf die Basics beim Thema Technik eingehst, was ja für viele wirklich so auch nur eine große Hürde ist, weil bis man da jetzt die Geschäftsführung begeistert hat, 20.000, 30.000 für ein Studio auszugeben oder vielleicht auch nur 15.000, das dauert ein bisschen und da sind ein Haufen Tipps und wie man wirklich auch mit vorhandenem und mit wenig Aufwand sich besser in Szene setzen kann. Ich danke dir, Florian, dass ich bei dir sein durfte. Gerne. Und vielen Dank an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, Hörerinnen und Hörer. Schön, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast, uns zu lauschen. Und wenn du magst, hinterlass gerne bei Spotify, bei YouTube, bei Apple Podcast eine Bewertung, gerne bei Apple 5 Sterne. natürlich auch ein Abo auf einem dieser oder auf allen Plattformen gerne auch und worüber ich mich immer sehr freue oder worüber ich mich sehr freue, ist direktes Feedback, vielleicht auch Themenvorschläge für weitere Podcastfolgen, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail an podcast at corporate-studio.de In diesem Sinne wünsche ich noch eine schöne Restwoche und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss! Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit. Das war Video Reloaded, bis zum nächsten Mal im Temblu hosts Bis zum nächsten Mal. Für из ducks